Die Stratigraphie ist eine Teildisziplin der Geologie, die wichtige Methoden zur Korrelation und relativen Datierung besonders von fossilführenden Sedimentgesteinen, aber auch von fossilfreien Vulkaniten zur Verfügung stellt. Sie ist heute in eine Reihe von Teildisziplinen aufgeteilt, deren kombinierter Einsatz in Verbindung mit der Geochronologie recht genau die relative und absolute Altersbestimmung von Gesteinen und damit eine Rekonstruktion der Erdgeschichte ermöglicht. Ziele Das Ziel der Stratigraphie ist es, Gesteinskörper anhand der darin enthaltenen organischen und anorganischen Merkmale zeitlich relativ zu ordnen und auch räumlich weit entfernte, Gesteinseinheiten miteinander zeitlich in Beziehung zu setzen. Von lokalen und regionalen Abfolgen ausgehend sollen diese in die international gebräuchlichen, globalen chronostratigraphischen bzw. geochronologischen Einheiten eingefügt werden. Bedeutung Die Stratigraphie ist als Zweig der historischen Geologie die Grundlage für die Rekonstruktion der Erdgeschichte und der Geschichte des Lebens auf der Erde, sie dient jedoch vielfach auch der Lösung von allgemeingeologischen Fragen. Im 19. Jahrhundert wurde erkannt, dass man diese Methode auch auf ganz andere Schichtungen anwenden kann, einschließlich der in ihnen enthaltenen Elemente. Damit wurde die Stratigraphie auch auf die Archäologie übertragen. Stratigraphisches Prinzip Das stratigraphische Prinzip ist die Grundlage der Stratigraphie, Sedimentschichten im Liegenden sind älter als Sedimentschichten im Hangenden. Dieses Prinzip erkannte bereits Nikolaus Steno im Jahre 1669. Tektonische Vorgänge Ungewöhnliche Ablagerungsräume und Intrusivkörper können diese Regel aber in manchen Fällen durchbrechen. Zu den frühen Stratigraphie-Pionieren zählen in Deutschland im 18. Jahrhundert Georg Christian Füchsel und Johann Gottlob Lehmann. Methoden der Stratigraphie Unterdisziplinen Chronostratigraphie Die relative Zeitbestimmung anhand von Zeitmarken in Gesteinskörpern Diese Zeitmarken können das Erstauftreten oder Erlöschen bestimmt der Fossilien-Ereignishorizonte, geochemische Marker und auch Polaritätswechsel im Erdmagnetfeld sein. Alle anderen Methoden der Stratigraphie werden in die chronostratigraphische Abfolge eingehängt. Biostratigraphie Die relative Zeitbestimmung durch Fossilien Hier werden in erster Linie die Lebensdauer und das Erstauftreten oder Aussterben von einzelnen Tierarten, seltener auch von Faunengesellschaften herangezogen. Weitere Unterscheidungen Autostratigraphie Gliederung durch verbindlich festgelegte Leitfossilien Parastratigraphie Gliederung durch andere Leitfossilien Pedostratigraphie Gliederung fossiler Bodenhorizonte Lito-Stratigraphie Gliederung nach unterscheidbaren Gesteinseinheiten Sie wird in erster Linie zur Kartierung und Darstellung von Gesteinseinheiten in einer geologischen Karte benutzt. Sequenz-Stratigraphie Gliederung von Sedimentationseinheiten, die von Schwankungen des Meeresspiegels beeinflusst wurden. Event-Stratigraphie Gliederung aufgrund besonderer äußerer Ereignisse, die zu ihrer Bildung führten. Dazu gehören Stürme, Tsunamis und Vulkanausbrüche, aber auch biologische Ereignisse wie etwa Massenaussterben, Magnetostratigraphie, Gliederung der jüngeren Erdgeschichte nach der Abfolge der Magnetfeldumkehrungen, Isotopen-Stratigraphie, Gliederung der Gesteine anhand unterschiedlicher Isotopen-Verhältnisse, Allostratigraphie, Gliederung der Gesteine aufgrund quasi isokroner Ereignisse, Verbindung mit der Geochronologie. Die Geochronologie beschäftigt sich mit der absoluten Zeitbestimmung der erdgeschichtlichen Vergangenheit. Sie ist im Prinzip eine von der Stratigraphie unabhängige Disziplin. Die Datierung von Gesteinen ist jedoch nur in Verbindung mit der Stratigraphie sinnvoll. Zwei Beispiele für geochronologische Methoden. Die Dendrochronologie erlaubt unter Umständen eine jahrgenaue Datierung der untersuchten Hülzer. Sie ist jedoch nur in dem geologisch sehr kurzen Zeitraum der letzten 12.000 Jahre einsetzbar. Sie ist besonders in der archäologischen Stratigraphie ein wichtiges Hilfsmittel zur Datierung der Schichten. Punkt. Auch die Wavenchronologie ermöglicht im Idealfall eine jahrgenaue Altersbestimmung. Sie ist in Schweden auf die letzten 10.000 Jahre beschränkt, in der Eifel auf die letzten 23.000 Jahre. In einzelnen Seen sind jedoch Datierungen bis 76.000 Jahre vor heute gelungen. Geologische Zeitskala Die verschiedenen Methoden der Stratigraphie haben mittlerweile eine sehr detaillierte relative Zeitskala der Erdgeschichte ergeben. Um diese relativen Zeitabschnitte jedoch in eine absolute Zeitskala einzuordnen, reichen die Methoden der Stratigraphie nicht aus. Die Forscher des späten 18. und des 19. Jahrhunderts setzten erstmals die Vorstellung durch, dass die Erde nicht innerhalb weniger 1000 Jahre entstanden ist. Sie konnten zunächst jedoch nur schätzen, in welchen Zeiträumen die Erde und das Leben auf ihr tatsächlich entstanden ist. Im 20. Jahrhundert ermöglichte dann die Entdeckung der radioaktiven Zerfallsprozesse durch Henry Becquerel und der daraus abgeleiteten radiometrischen Altersbestimmungen eine Methode der absolut zeitlichen Bestimmung von Gesteinen. Die inzwischen entwickelten verschiedenen Methoden der radiometrischen Altersbestimmungen erlauben inzwischen eine verhältnismäßig genaue absolute Altersbestimmung der Ereignisse der Erdgeschichte. Die Genauigkeit nimmt jedoch mit zunehmendem Alter der Gesteine immer mehr ab. Die durch die verschiedenen Methoden der Stratigraphie erstellte relative Zeitskala behält aber weiterhin ihre Gültigkeit. Da die verschiedenen stratigraphischen Methoden eine wesentlich genauere Gliederung und Unterteilung der Erdgeschichte ermöglichen als nur die Geochronologie allein.